Stark und stechlich und erfolgreich Stark und stechlich und erfolgreich Wir sind die Stimme für das Zugpersonal Lokführer und Zugbegleiter, keiner ist uns egal Hallo, mein Name ist Timo Pluszek, ich bin Lokführer bei DB Cargo im Wahlbetrieb C4 Frankfurt am Standort Kassel Ich kandidiere für die Betriebsratswahl 2018, ebenfalls im Wahlbetrieb C4 Frankfurt auf der Liste GDL Meine Ziele für die nächsten 4 Jahre sind, anfallende Probleme von Lokomotivführern, Disponenten, Lokrangierführern zu lösen Mein Vorteil ist, dass ich selbst als Lokführer tätig bin Das heißt, ich kenne die Probleme und ich verstehe die Probleme ganz genau Meine weiteren Ziele sind Verbesserung von Schicht- und Dienstplangestaltung für Lokführer, Disponenten, Lokrangierführern So wie die Umsetzung der GDL-Tarifverträge in meinem Wahlbetrieb C4 Frankfurt bei DBK Hallo, mein Name ist Rico Markert, ich kandidiere abermals für das Betriebsratsmandat im Wahlbetrieb Cargo C4 Ich möchte das wieder tun, weil ich in den vergangenen 4 Jahren viel dazugelernt habe Wo der Schuh drückt, weiß ich ganz genau, weil ich täglich draußen unterwegs bin Bei den Kollegen mit meinen Mitstreitern im Betriebsrat sind wir immer auf Augenhöhe Wir diskutieren die Themen kritisch Jeder stimmt für sich ab und jeder ist mit Herz und Seele dabei Stark, unbestechlich, erfolgreich Timo, genauso machen wir es Das schaffen wir Stark, unbestechlich, unerfolgreich Stark, unbestechlich, unerfolgreich